Dies ist die Geschichte eines ganz bestimmten Morgens. Wer bist du? Ritsuka Uenoyama, heiße ich. Und? Bringst du es mir bei? Gitarre spielen, meine ich. Von jenem Moment an wurde meine gesamte Welt völlig auf den Kopf gestellt. Mann, ich hab dich gefragt, ob du unserer Band beitreten willst. Und weißt du auch warum? Weil deine gottverdammte Stimme mein Herz berührt hat. Mann, Alter, raffst du es nicht? Es steht dir doch volle Kanne ins Gesicht geschrieben. Was soll denn das stehen? Ich verstehe nur Bahnhof. Na, dass du Hals über Kopf in Mafuyu verschossen bist. Was? Was war das? Gerade für ein Gefühl.